Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Ach hier, The Last of Us. Wir schleichen immer noch vor den Soldaten davon. Und ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Und ich hoffe, die Soldaten sind weg. Sonst ist das ein bisschen scheiße. Was? Scheiße. Scheiße. Was los? Gott, nein. Er leuchtet hier rein. Mist. Oh, oh. Ja, die Klicke erwischen Sie. Was? Ich weiß nicht, was? Klicke? Das hört sich auf jeden Fall nicht so gut an, Freunde. Keine Ahnung, was er mit Klicke meint. Aber ich glaube, wir sind es los geworden. Ich schleiche lieber nochmal, vorsichtshalber. Man weiß ja nie. Ich habe auch keine Ahnung, wo ich gerade hingehe. Hier unten waren wir gerade eben. Hier entlang etwa. Hm. Gehen wir erstmal weiter. Hier können wir durch. Sehr schön. Hier ist nichts zum Einsammeln, ne? Ja. Na komm, Jungs. Mädels, meine ich. Jungs seid hier noch nicht. Äh, werdet ihr auch nie werden. Gehen wir hier durch. Ich komme. So, und jetzt? Shit. Oh Mist, noch eine Patrouille. Was geht in Deckung? Ja, was du nicht sagst. Und hier gerade rumlaufen und rumschreien. Es sind so viele hier draußen. Wie sollen wir da vorbeikommen? Sie sehen uns noch nicht. Gehen wir außen rum. Wie sieht's aus? Wir sind zu viele, Tess. Oh Mann. Scheiße, Mann. Ich will diesen Zettel haben. Das war überhaupt kein Zettel. Das war nur so ein dämlicher Stein. Okay. Da sind mehr Lichter. Mist. Mist, die sind hier, ne? Willst du nicht provozieren. Shit. Shit. Oh Gott. Er schreibt mich doch nicht so. Mann. Das war eng. Es ist noch nicht vorbei. Hey, hast du was gehört? Ja, ich hab's gehört. Augen offen halten. Ja, geh lieber weg. Redels, kommt. Schnell, schnell. Redels, wo sollen wir lang? Scheiße, Mann. Was war das denn? Ich sag's mir aber echt spät, ey. Holy shit. Haben wir's geschafft? Ich hab' schon. Warte, was ist los? Wir wollten zumindest nicht hier warten. Bleib unten. Bleib still. Das war verdammt knapp, Tess. Ich hoffe, du bist es wert, Kleine. Tess, hast du eine Ahnung, wo lang? Es wird so anders. Das heißt, du hast keine Ahnung. Ich vermute mal, wir gehen hier hin, wo dieses rote Band ist. Oder gelbe. Mal sehen, wo es hinführt. Rot ist klar, Zero. Mir scheint niemand zu sein. Bleib hier. Wenigstens regnet's hier nicht. Okay, aber nichts zu finden. Gehen wir mal hier hoch. Wer weiß, was wir hier noch finden werden. Ein Weg wird es immer geben. Wie sieht's aus? Hier müssten wir durchpassen. Naja, warte, Jewel. Ich schau mich erstmal noch ein bisschen um. Ah, leider nichts. Na gut. Fuck. Mist, Mist. Nur mehr Soldaten. Das Ziel läuft noch frei herum. Verfolgung abbrechen und sexuelles Bericht erstatten. Ich glaub, sie sehen uns nicht. Verstanden. Zu den Fahrzeugen. Okay, sie haben noch. Sehr schön. Ich dachte schon, die kommen nochmal wieder, ey. Richtig, die Soldaten. Noch hatten wir nicht so viel mit den Zombies zu tun. Mal gucken, was besser ist. Soldaten oder Zombies. Was sagt ihr denn? Was fandet ihr immer schlimmer? Soldaten oder Zombies? Okay. Ah, die Luft ist anscheinend rein. Wenn die Mädels stehen, dann ist die Luft rein. Huch, was haben wir denn da? Oh, ich hab hier so einiges gefunden. Und heiß. So, können wir damit schon noch was... Oh, warte, warte, warte. Da war noch was. Oder auch nicht. Gucken, was wir damit so anstellen könnten. Wir könnten eine Klinge herstellen mit einem Band. Aha. Aber wir haben, glaub ich, nicht genug Scheren. Und noch nicht genug Klebebänder. Das kennen wir ja alles, ne? Ja. Noch nichts Neues. Wäre cool gewesen, wenn der irgendwie mal, äh... Daneben neu stehen würde oder so. Damit man das auseinanderhalten kann. Oder ein Sternchen, wie es bei anderen Spielen ist. Na gut. Noch können wir großartig nichts herstellen. Vielleicht wird uns das noch beigebracht. Gehen wir erstmal in diesen wirklich, äh... Nett aussehenden Tunnel. Hess, hier lang, durch das Rohr. Ich glaube, wir kommen hier durch. Bleib dich dran, Ellie. Okay. Woher kennst du eigentlich ihre Namen? Hat sie ihren Namen erwähnt? Sie heißt Ellie. Ich weiß es jetzt. Ellie kann man sich merken. Joel und Ellie. Ich glaub, das sind die einzigen Namen, die man sich wirklich merken muss. Oh, 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 oh. Der Flut. Fuck. Wir gehen hier lang. Zurück zum Wall. Ihr habt's gehört. Aufladen, los geht's, na los! Weiter. Auf zum Wall? Ist da irgendwas Bestimmtes passiert? So, erstmal raus aus dieser Scheiß-Suppe hier. Ah. Okay, sie sind weg. Mit Ärzten, die immer noch ein Heilmittel suchen. Ja, kommt uns bekannt vor Ort, Tess. Und dass... ...das, was mit mir passiert ist, der Schlüssel zu einem Impfstoff ist. Oh, Himmel. Das hat sie gesagt. Oh, bestimmt hat sie das. Hey, verdammt, Mann! Ich wollte das hier nicht! Ich auch nicht. Tess, was zur Hölle machen wir hier? Ist, wenn's stimmt. Ich glaub's an... Was dann, Joel? Wir haben es soweit geschafft. Bringen wir es zu Ende. Muss ich dich dran erinnern, was da draußen ist? Ich verstehe. Sie kennt die Geschichte mit unserer Tochter. Hier lang. Wenn wir durchs Zentrum gehen, sind wir bei Sonnenaufgang beim Rathaus. Heilige... Öffentlich. Okay. Durchs Zentrum. Ich glaub nicht, dass das so eine gute Idee ist. Weil das ist eine Großstadt. In einer Großstadt existierten... ...viele Menschen. Oder besser gesagt, existierten... ...viele Menschen. Irgendwas wird hier wohl mit ihnen passiert sein. Meine Güte. So sehen die Häuser also vom Namen aus. Die sind so groß. Liege, scheiße. Die sind so groß. Ich kann nicht mal so... ...so gucken. Die Bereiche um die Quarantäne-Zonen wurden heftig bombardiert. Man wollte so viele Infizierte wie möglich töten. Hat geklappt. Für kurze Zeit. Äh, was war das jetzt? Wollte ich auch gerade sagen. Ja. Klang aber als wäre es weit weg. Mist. Äh, sind wir sicher? Ich glaub nicht. Na los. Heilige. Die U-Bahn. Und jetzt? Mann, es bleibt schön tief. Was du nicht sagst. Da drüben ist das Rathaus. Ja. Wir müssen da irgendwie durch. Das hier soll das Stadtzentrum sein? Weiß. Jetzt ist es nur noch Brachland. Guckt euch das an. Langsam wachsen sie nach oben. Tja. Okay. Mädels, wie kommen wir hier weiter? Ich schau euch mal ein bisschen um. So, wieder zurück. Ist das nur so ein Ausguck? Ah, ich hab das Gefühl. Ah, obwohl. Was haben wir denn hier? Hier drüben. Wir sind so nah an der Quarantänezone dran. Alter. Wir laufen schon seit Stunden durch die Gegend. Sind nicht weiter gekommen. Schon krass, ne? Die Welt hat sich verlangsamt. Hey, Tess. Komme. Er wurde zerfetzt. Ja. Die Leiche ist noch frisch. Ist das schlecht? Ja, vielleicht. Trödeln wir nicht rum. Ich würd mal glatt behaupten. Das ist schlecht. Ich weiß nicht, wie sie das als gut empfinden kann. Naja. Wir kriegen das dann. Könnten zum einen hier runterspringen. Äh, oder auch nicht. Wir könnten nie hier lang gehen. Da ist ein Weg nach oben. Und hier wieder nur noch unten. Wenn es hier keine Zombies geben würde, würde ich mich hier einnisten. Sieht schon cool aus, wie das Wasser runterfließt. Naja, was haben wir hier? Einzelteile. Perfekt. Weißt du auch natürlich, warum bis perfekt ist, aber Sachen zu finden ist immer gut. Noch einer. Mist. Was haben wir denn da? Ah. Ich glaub, das hätte ich beim Brief auch machen können. Naja. Feldeinsatzprotokoll M254E. Oder M254E. 1808. Angekommen. Punkt 2438A. Negativer Kontakt bei LZ. Bewege Patrouille nach Westen Richtung Zentrum. 21 Uhr. Negativer Kontakt. 22.18. Scheiß negativer Kontakt. 23.12. Soldat Edwarder meldet Sichtkontakt. Geräuschkontakt. Cordy Caps infizierte. Zweites Stadium. Bei eingestürzten Bürogebäude. Unterwegs für Untersuchung. 23.40. Mehrere infizierte Kontakte. Soldaten Artwater Shah Colditch vermisst. Angriff in Gebäude in den Achso, sorry. Angriff im Gebäude Inneren aufgehalten. Erwarten Evakuierung. Schlecht zu lesen, wenn alles großgeschrieben wird. Stufe 2, ja? Warte. Du hast wohl beim Warten auf Verstärkung erwischt. Ist das hier? Stalker, okay. Stalker sind also die zweite Stufe. Und Clicker, von dem wir gehört haben, ist die dritte und die vierte ist es gibt noch eine vierte auf jeden Fall. Na gut, gehen wir weiter. Gott, verdammt. Clicker. Wie Clicker? Oh Mann. Was ist denn in Sicht? So sieht jahrelang Infektion aus. Das heißt, sie sind blind? So gut wie. Sie nutzen Geräusche. Wie viele wollen sie? Genau. Wenn du ein Klicken hörst, versteck dich. So offen. Aha. Oh, cool. Eine Klinge. Das heißt, die höheren sehr gut. Währenddessen Stalker wahrscheinlich sehr gut sehen. Und eine Kombination von beiden. Oh Gott. Jetzt kann ja was werden. Und das Viech ist tot? Das sind Pilze, ne? Eine Pilzinfektion. Oh. Das heißt, der Parasit, bzw. der Zombie ist von Parasiten umgeben. Den von innen nach außen quasi töten. Oh, Zusätze überlegen. Cool. Wie kann ich die Zusätze? Ah. Maximal Gesundheit. Lauschmodus Distanz. Ähm. Wir haben 5. Wir können noch gar nichts machen, aber ich guck trotzdem. Fertigungslevel. Reduziert Fertigungszeit. Heiltempo. Medikits. Schneller einsetzen. Schwanken der Waffe. Reduziert Schwanken der Waffe. Ich glaub, das wird das wohl Wichtigste sein. Und Messermeister. Benutze ein Messer, um dich zu retten, wenn ein Klicker dich schnappt. Oh. Nicht zu wissen, dass wir uns retten können. Okay. Ruhige Areale sind natürlich nett, aber egal. Huch, was? Achso, weil ich, weil ich, weil ich mich gelockt habe, ja. Ich verstehe schon. Nichts passiert. Oh, war nur der Stuhl. Das ist total okay. Da scheint, es wäre so ein Klicker gewesen. Welche schon ganz paranoid. Oh, okay. Okay. Messer sind auch voll, oder was? Nee, ich kann derzeit nur Messer herstellen. Das ist das Ding. Ah. Ich kann derzeit nur Messer herstellen. Messer sind aber voll. Okay. Gut zu wissen. Naja, schade. Ich hätte es gerne mitgenommen. Ich lasse ungern Sachen liegen. Aber gut. Hilf mir hier mal. Danke. Ist du okay? Nicht passiert. Suchen wir Vorräte. Scheiße. Oh, das war hässlich. Ich glaube nicht, dass er alleine ist. Du sagst das. Gleich können wir den gebrauchen, wer weiß. Hier, verabschiedlich. Vielen Dank. Ah, wir haben jetzt ein Rezept zum Herstellen. Gucken wir mal, was wir haben denn. Wir brauchen Alkohol und Lumpen. Okay. Drei können wir anscheinend von allem tragen, nehme ich an. Gut zu wissen. Kühlschrank können wir vielleicht nicht aufmachen. Gut, gucken wir erstmal weiter. Ich meine, diese ruhigen Areale sollte man echt nutzen. Einfach nur, um sich kurz zu erholen von dem ganzen Stress. Machen wir, dass wir hier wegkommen. da oben. Scheiße. Okay, willst? Mal sehen, ob's da weitergeht. Okay. Sicher. Komm schon, Ellie. Gut, Kleine, du bist dran. Los, komm. Komm. vorhin konntest du das Ding noch hochspringen, ne? Seltsam. Okay. Komm, große. Na, los. Okay. Okay. Scheiße. Los, los, los. Oh Gott. Können wir das Ding nicht einfach töten? Kommt. Da können wir raus, über das Gerüst. Ja, dann schnell. Hoffentlich kann sie nicht hinterher. Also, nicht Ellie, sondern, das Klickerviech. Ich glaub, das war's. Ellie, alles klar? Bis auf die volle Hose. Alles klar. Dann los. Puh, da bin ich mal froh drüber. Alter.